Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Hallo. Das ist ja die Fortsetzung einer Reihe. Es ist ein Neustart für meine Hauptfigur. Das ist eine halbamerikanische Staatsanwältin. Sie hat die Armeepistole ihres Vaters benutzt und jemanden gravierend verletzt. Und das darf man nicht als Staatsanwältin. Und auch nicht so schön verletzt. Sie hat nicht in die Beine geschossen, sagen wir mal so. Und jetzt ist sie so offiziell kaltgestellt auf so einer Opferschutzstelle, die relativ langweilig ist und arbeitet sich so langsam zurück ins Geschehen. Und bevor wir Chastity Riley kennenlernen, oder Sie Chastity Riley kennenlernen, ich kenne die ja schon recht lange, die latscht immer durch meine Wohnung, gehen wir mal kurz in die Nacht. Das Buch heißt Blaue Nacht. Aber das ist jetzt eher eine rote Nacht. Ein Tritt in die rechte Niere zum Niederknien. Einer in den Bauch, dann fällst du um. Und nochmal in die Niere, diesmal in die linke, damit auch wirklich schnell Ruhe ist. Dann die Knüppel unter den Jacken rausgezogen. Vier Jacken, vier Knüppel. Einer für jedes Bein, einer für jeden Arm. Und acht Füße für zwölf Rippenpaare. Vierzehn Englein bei dir stehen. Ha, das ist ein vielköpfiger Teufel, denn ganz persönlicher, der wurde nur für dich bestellt. Dann die schnelle Zange. Rechter Zeigefinger, sauberes Knacken. Was sie nicht zu wissen scheinen, du bist Linkshänder. Ein letzter Tritt noch. In irgendwas, was gebrochen ist, dann lassen sie dich liegen. Fünf Minuten hat's gedauert, vielleicht auch sechs. Der Schmerz ist klar und verwirrend und heiß und kalt zugleich. Und überall dein Blut läuft fast tröstlich warm aus deiner rechten Hand. Und so ist das also. Der Motor hustet ein letztes Mal, räuspert sich wie ein alter Mann unter einem dunklen Himmel, dann säuft er ab. Ich steige aus, setze mich auf die rostgoldene Motorhaube und halte mein Gesicht in die schwere, kalte Luft. Zigarette. Erstmal den Nebel trocken rauchen. Übers Wochenende aufs Land zu fahren, so ein Schwachsinn. Ausgerechnet ich. War von Anfang an eine saublöde Idee. Von wegen, leg dir doch mal ein Auto zu, kommst du mal raus, siehst du mal was anderes. Super, echt. Das Auto ist Schrott. Ich bin am Steuer schlechter als eine Kuh auf dem Eis. Nie kommt einer mit, wenn ich irgendwo hinfahren will. Also treffe ich am Ende immer nur mich selbst und das halte ich in der Stadt dann doch irgendwie besser aus als anderswo. Alleine aufs Land fahren ist wie Tesafilm essen. Und in der Stadt wartet jetzt jemand auf mich. Endlich werde ich mal wieder gebraucht und ich sitze hier draußen fest. Der Mensch, der auf mich wartet, weiß natürlich nicht, dass er auf mich wartet, weil er vollkommen zerhauen in einem Krankenhaus liegt. Sie haben mich angerufen, weil sie mich in solchen Fällen immer anrufen. Sonst haben sie niemanden angerufen, denn sie wissen nicht, wer er ist. Ich rufe den Faller an und Gott sei Dank wissen wir noch, wer der jeweils andere ist. Es ist bisher nichts passiert, was unser Wissen umeinander hätte abschneiden können. Er geht nach dem zweiten Klingeln ran. Guten Morgen, mein Mädchen. Guten Morgen, Faller. Na? Der Ford ist im Eimer. Oh. Könnten Sie mich eventuell abholen? Ich muss dringend in die Stadt. Wo sind Sie denn? Fucking nowhere, sage ich. Wo da genau? Mecklenburg. Zwischen Zarrentin und Schießmichtod. Irgendwo auf der B195 nördlich der Autobahn. Aha. Er ist im Hamburger Westen, vermutlich beim Frühstück. Er könnte in einer guten Stunde hier sein, wenn er Gas gibt. Laufen Sie nicht weg, sagt er. Ich komme vorbei. Dauert aber ein bisschen. Ich habe Zigaretten. Rufen Sie mich an, wenn Sie in der Nähe sind, ja? Ich lege auf, fasse mit beiden Händen auf die Motorhaube. Sie ist schon fast kalt. Wir sind einfach keine Freunde geworden, dieses alte Auto und ich. Vielleicht hat es im ersten Moment ganz gut ausgesehen. Vielleicht hat es oberflächlich gepasst. Vielleicht konnte man sogar denken, genial, dass darauf noch keiner gekommen ist, die beiden mal zusammenzustecken. Aber am Ende war es nur eine dieser für den Moment aufregenden Barbekanntschaften, die bei genauerem Hinsehen und allerspätestens bei Tageslicht keine zehn Sätze überstehen. Und dann war es nur ein bisschen. Aber am Ende war es nur eine Und dann war es nur ein bisschen. Vielen Dank.